Unser Engagement begann 2015 mit der einfachen Zeichnung des süßen Vogels Tupi. Tupi ist die Verniedlichung des peruanischen Wortes Tupac, eines mythischen Feuervogels aus den Hochlanden. Schnell wurde die Idee größer und so begab sich Tupi auf Weltreise, um neue Freunde kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen Kinderrechte zu erleben. Seine Vision? Gemeinsam mit den Kindern eine nachhaltige und gerechte Welt gestalten. Eine Welt, in der die Bedürfnisse jedes Einzelnen gehört und respektiert werden. Eine Welt, in der man seine Fähigkeiten und Kreativität frei entfalten kann und jeder so viele positive Erlebnisse und Erfahrungen wie nur möglich in seinem Herzen beherbergt. Eine Welt, in der Kinder lernen zusammen, Hindernisse zu überwinden und gemeinsam etwas bewegen können und gemeinsam erkennen, dass die Idee jedes Einzelnen zählt und wichtig ist. Mit diesem Ziel machte sich Tupi auf die Reise in die Welt der Kinderrechte. In jedem Land traf er engagierte und talentierte Menschen, die sich für die Idee einsetzten, Kinder auf ihrer Suche nach Wissen zu begleiten. All diese Menschen gaben ihm ihre Werte und Erfahrungen mit, aus denen er die ersten Ideen für die Tupi Group schuf. Damit die Kinder diese Ideen auch verstehen könnten, entstand daraus ein Konzept, das auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst war. Das Konzept vereint das Erleben von Herausforderungen mit Spaß, Spaß mit Reflexion, Reflexion mit Teamarbeit und Teamarbeit wiederum mit Erleben. In dieses Konzept brachten die ersten Mitglieder der Tupi Group ihre eigenen Ideen und Talente mit ein, sodass aus dem Samen ein kleiner Spross heranwuchs. Um ihm eine erste Form zu geben, wurde mit viel Liebe und Kreativität der erste Kinderrechtepass erstellt, der gleichzeitig zum Leitfaden unseres Projekts wurde. Daneben begeistern wir Kinder mit selbstgeschriebenen Geschichten, Basteleinheiten, faszinierenden Tänzen und einem Rap, in dem sie ihr Taktgefühl erproben können und eigene Texte verfassen dürfen. Mit der Zeit reifte die Tupi Group aus und entwickelte sich fort. Mittlerweile widmen wir uns neben den Kinderrechten auch anderen Konzepten wie Anti-Mobbing-Training, Fairtrade und Umweltschutz. Wenn du auch der Meinung bist, dass die Fähigkeit zur Kreativität und Entfaltung wichtige Werte sind und dich auch für Umwelt und Gesellschaft engagieren möchtest, dann mach dich mit uns auf den Weg. Komm mit uns auf die Suche nach einer besseren Zukunft und erlebe das Miteinander in unserem deutsch-peruanischen Team. Und vergiss nicht, die Kinder sind unsere Zukunft. So sagte auch schon Astrid Lindgren über Kinder. Es gibt kein Alter, in dem so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war. Nein. Okay. Musik Musik